Wir haben in dem letzten Jahr hier dreijährig erleben dürfen, noch sehr jugendlich und einmal mehr ein Beweis dafür, dass es sich lohnt zu warten. Ich habe schon Bilder gesehen seines Trainings, er hat sich unglaublich entwickelt, unser Auftakt und Einstieg in ein schönes Dressurbild. Aus der hannoverschen Zucht erwarten wir einen statiösen Herren in der Fuchsjacke, vierjähriges Vivaldos. Hier kommt der Sohn des Vivaldi unter Lena Stegemann. Oh Lena, das ist aber ein Bild. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Fantastisch. Schon bei seiner Körung, natürlich als Prämienhengst herausgestellt, dort von Gerd entdeckt. Er hat dann im letzten Jahr mit einem wirklich fantastischen 14-Tage-Test in Erscheinung getreten. Vertritt er doch das wohl derzeit mit dominanteste weltweit, dominanteste Dressurblut, schlechthin über den großartigen Vivaldi. Ja selbst, Weltmeisterschafts erprobt unter Hans-Peter Minderhut, dann Intermedia 1 erfolgreich. Desperados-Denkmal, muss man schon sagen, auf der mütterlichen Seite der Muttervater, eines der nicht nur erfolgreichsten Dressurpferde unserer Zeit. Sie alle wissen, olympisches Mannschaftsgold, ein Bewahrer des Tafelsilbers, des Siegels rings des großartigen D-Blutes. Aus dieser hochdekorierten Mutter Doris Day, die ja selbst Siegerstute war, ihres Zeichens Bundeschampioness, ein Stamm, der besser nicht sein könnte. Lena, verzauber uns noch ein bisschen mit diesem nun schon herrschaftlich vor uns hier wirkenden Vivaldos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tja, ist das ein Bild. Gerd, nicht nur bei Dressurhengsten hast du ein besonderes Auge. Auch bei den Damen, die sie so gefühlvoll hier für uns inszenieren können. Mit ihrem ersten Auftritt hier auf einer großen Sosa-Show. Lena Stegemann. Ja, Lena ist ja neu bei uns, sie macht wirklich einen ordentlichen Job mit ihrem Trainer hier, Walter Kind neben mir. Dann macht das auch Spaß, wenn man Dressurpferde hat, die Pferde haben Vertrauen. Und da oben das schöne Bild, Hermann, das bist du, da auf der Leinwand, mit deiner wunderbaren Doris Day, die so viel gewonnen hat. Die ersten Polen sind auch geboren. Das ist im letzten Jahr auch kein Turnier gegangen. Wir waren auch sehr jugendlich, der war gar nicht fertig und das haben wir uns einfach angewöhnt. Wir haben Geduld. Vielleicht können wir sogar schon mal ein bisschen applaudieren. Das haben wir schon mal geübt jetzt, wenn Sie langsam anfangen. Schaut euch diesen Hebel an im Look und der Bedeutung des großen Vivaldi. Wie Valdos. Lena, das war allerfeinst. Wunderschöner Hebel und Tragkraft. Ein strahlender Füchse öffnet unser Dressurbild. Lena, das ist euer Applaus. Das war aller, allerfeinst. Danke dir.